Ja, ich glaube, es geht sehr wichtig, das Thema Integration allgemein in der Gesellschaft und wir, nachdem ich von einem Sportverein komme, sehe ich das auch als unsere Aufgabe, Menschen mit Emigrationshintergrund und Jugendlichen in der Gesellschaft über den Sport zu integrieren und ich glaube, dass das auch beim Sport ziemlich am einfachsten geht, als wir in sonstigen Organisationen und Bereichen. Vielen Dank. Oberösterreich Weiterdenken